moin sind auch hier schön dass ihr wieder dabei seid bei das lustige kletterspiel wenn euch das wieder gefällt lasst ein like da und ein abo das würde mir immer sehr sehr viel freude bereiten na gut dann klettern wir mal weiter mit kapitel 2 viel spaß kapitel 2 wanderung so naja geil da war so ein tierchen vorgeht bei einem weg okay nice also jetzt fahren wir einfach wieder runter ok wenn wir tab drücken zeigt uns der begleiter den verleihe in die richtung dankeschön hier ich kann ja eh nicht das außen nur die anleitung wie man da klettert das ist ja geil joe das haben wir geschafft cool jetzt kann ich hier in und dann magst du pflanzen schon gar die idee da ist wieder so eine pflanze jetzt mal hier in hagen naja in rasten nicht da unten hoch okay geil geschafft gucken wir uns erst mal hier um hier hin gibt es hier das ist ein tor oder what doch kein brief und nix ne okay schön schön komm mal wieder jetzt und auf dem boot sind hagen dran praktisch greift doch geschafft So, wie schön. Ich muss ruhen hier. Und gucken. Ich kann mal wieder raus. Ich bin mal hell, wenn du nicht auf den Dunkeln rausgehst. Das hier. Okay. Geil. Das ist das niedlich, das Tier. Nice. Geil, Pilze. Nice. Das ist schon cool. Mit den pflanzen, die geile Idee auf jeden Fall. Ah so, nee, da links, da ist die pflanzt. Das ist sicher. Aufschlampen! Da müssen wir da hoch! Ah Scheisse, Scheisse, Scheisse! oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Auf Dauer macht uns jetzt gerade zu schaffen. Ah, das schafft man schon, wenn man das in Ruhe macht. Yes! Okay. Schon wieder überall. Tab macht das Ding. Da rein, auf jeden Fall. Und dann. Doppelsprung, ja, das habe ich schon rausgefunden. Du, 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 du. Tut hier? Ah, nichts zu lesen. Malou? Ahí está. Okay. Okay. Ach so, das haben wir jetzt die Erinnerungen gehört. Beziehungsweise die Musik hier und Gelächter. Ich sehe nichts. Okay, hier geht es auch nicht weiter. Ach so, da ist noch mal so ein Ding. Okay. Oh, da ist so eine Pflanze. Heut. Ne, nein. Ne. Die wächst nicht unten. Warum wächst die nach unten? Die wächst sogar. Und da kommen wir doch. Wir bisschen hoch. Da zu dem Dings. Hm. Kommt da nicht hoch. Na egal. Das wäre wieder so ein Steinschenturm gewesen. Komm mal her. Ich möchte mich auch anschnallen. Da ist wieder so eine Pflanze. Aber ich komme ja nur nach unten. Ich komme ja nicht nach oben. Naja, egal. So, der Dach da drüben hochklettern kann. Mich hier sichern. Setz mir hier einen Haken. Ruh mal ein bisschen aus. Das Ding sind auch noch Haken. Den gehen wir da hoch. Was gehen wir jetzt? Okay, vielleicht war das noch. Doch nicht der Weg, wo wir hin mussten. Gehen wir es mal hier lang. Nu. Siehst du die Spuren an der Wand? Kam ich auf die Idee. Und jetzt? Piu. Komm schon. Oh, jetzt ging es. Okay, geil. Halt dich fest. Halt dich fest. Da reicht es noch so eine Pflanze. Ich muss kurz ausruhen. Ah, geil. Jetzt haben wir es. Ups. So. Krass, hier war ein Dorf oder was? Klu-Klu-Klu-Klu-Klu-Klu-Klu. Ich habe schon gekuschelt. Nichts passiert. Okay, okay. Das. Geil. Aufzug. So wäre das natürlich viel praktisch. Gehen wir mal weiter. Mal sehen. Viel. Viele Wege hast du ja eh nicht zum Auswählen hier. So, jetzt habe ich falsche Taste gedrückt. Jetzt wird erstmal das Vieh geknuddelt. So, so. Liebste Mette, du wirst bei dem, was ich dir jetzt sage, vermutlich lachen. Aber ich wünschte, ich wäre ein Koko. Ich müsste nichts weiter tun, als die ganze Schlafzeit rund süß und flauschig auszusehen. Keine Arbeit, keine Existenzkrise beim Gedanken an die Zukunft. Das wäre entspannter, als von Tür zu Tür zu gehen, weil jemand musste den alten Leuten am Wasser bringen und ich hätte es nie gedacht. Aber ich habe sie lieb gewonnen. Erinnerst du dich an die alte Koko? Sie hat mich dazu gebracht, ihre alte Muschelsammlung anzuhören und abzustauben. Sie ist stocktaub, aber ab und zu sollte sich jemand die Musik anhören, sagt sie. Eine der Muscheln wäre fast zu staubserfallen. Sie vermissen das Meer, genau wie wir. Läuft es bei deiner Familie besser? Sind sie immer noch sauer? Du musst es mir nicht sagen, wenn es zu schwer ist, darüber zu sprechen. Ich kann vielleicht nicht da sein und dich unterstützen, aber ich schicke dir Wellen zu. Ich schicke Wellen zu dir. Okay, ja, egal. Hahaha, Koko, ich muss sagen, ich bewundere dich. Ich könnte definitiv nicht so viel Geduld aufbringen. Das Verhältnis zu meinen Eltern ist immer noch holprig. Sie haben das Meer verschwinden lassen, wollen aber nicht verstehen, was passiert ist. Das ist nicht unsere Schuld, sagen sie immer. Sie brechen zur Kessel-Oase auf. Sie haben bei der Schmelztiegel-Oase angefragt, damit sie sich einige ihrer Freunde anschließen können. Aber Plätze dort sind nicht einfach zu bekommen. Zumindest habe ich etwas Ruhe gefunden. Jetzt, da sie weg sind, ich fühle mich so frei, wie ich nur sein kann. Vielleicht sollte ich mich auf die Reise begeben. Ich glaube, das war auch Bianca, die hier Expedition, Expedition, Dingsbums macht. So, wo müssen wir hin? Wir können ja Tab drücken. So, da ins Innere. Das ist echt hilfreich. Da lang. Was ist das? Okay. Nice. Hier geht es nicht lang. Hier geht es lang. Diese Oktave feiern wir die sichere Rückkehr der Expedition 34 in unserem Hafen. Die Expedition wurde von Khori angeführt, die erneut die waagrechte Welt bezwungen hat. Wir sind stolz, diese Kinder von Niedrigwasser, die mit einem unschätzbaren Schatz zu uns zurückkehren, wieder unter uns zu haben. Die Mitglieder der Expedition 34, Erben der gefeierten Huhr, Iga und Ime, die als erste auf der Suche nach dem Meer in die großen Ebe hinausgezogen waren, haben sich weiter als jemals zuvor gewagt und haben nach unzähligen erfolglosen Expeditionen endlich eine neue Quelle gefunden. Ein Neuanfang für viele Dörfer seit dem Erreichen der Populationsgrenzen der Schmelztiegel und Fumeroljauas. Nächste Schlafzeit findet eine Willkommensfeier statt. Die Gemeinschaft der ehemaligen Forscher hat ihren besten Seegraskuchen vorbereitet. Bitte eigene Getränke mitbringen. Oh ja, okay. Verstehen, verstehen. Vielleicht auch nochmal was. Breller Gazette, Ausgabe 43, neun Oktaven und ein Terz nach den Jouzant. Leitartikel. In dieser Ausgabe werden wir einen genaueren Blick auf die Kreaturen werfen, die dieser schon fast züglichen Publikation ihren Namen gegeben haben. Brellers, obwohl sie schon zuvor erwähnt wurden, in unserer Ausgabe über Fährt der Tunneltiere, in unserer Spezialausgabe Bewohnern des großen Speichers, haben wir ihnen ja einen ganzen Abschnitt gewidmet, höchste Zeit, das aufzuholen. Breller sind hauptsächlich für ihren langsamen und majestätischen Flug bekannt und trotzdem beginnen sie ihr Leben festgeklammert an einem Felsen. In dieser ersten Lebensphase ist der Mann, sie Schrumpflinge nennt, erinnern diese Wesen an eine Blume. Aus denen Schrumpflingen entstehen Funken. Diese kleinen leuchtenden Kreaturen fliegen als Gruppe durch Dunkelheit der Höhlen und Tunnel. Wie viele Oktaven braucht ein Funke, bis er sich zu einem Breller entwickelt? Wie lange leben Brellers? Hat jemand schon jemand einen Sterben gesehen? Es ist nicht mehr viel über Brellers bekannt, obwohl die Zeugen der alten Vergangenheit des Turms sind. Während dieser Artikel geschrieben wird, sind sie schon fast verschwunden. Wir kennen die Funken nur noch aus Kindergeschichten. Sie sollen böse Kinder verschleppt haben. Und die Berichte über Schrumpflings-Geschichtungen sind ausgesprochen selten. Sie gestehen nur in den abgelegenen Teilen der Tunnel. Auf der folgenden Seite haben wir versucht, einige Fakten über sie zusammenzustellen. Wussten sie schon? Laut der Information der Wassersachverständigen, die diesen Kreaturen manchmal auf ihren Kontrollrunden begegnen, und denen wir sehr dankbar sind, fühlt man sich in der Nähe von Funken schwerelos. Also benehmt euch Kinder! Hoffentlich bekommen die Schrumpflinge Funken und Brellers durch den Rückgang der Aktivität in den letzten Zyklen den Frieden, die Ruhe und den Platz, die sie brauchen, um wieder zu gedeihen. So, Brellers, alter, Text ohne Ende, da lest du dich dumm und dusselig. Wollte klein, dann sind wir hochgekommen. Wo geht's hier lang? Weiter auf jeden Fall. Ach so. Schon wieder was gelesen. Liebste Mette, du wirst bei dem, was ich dir jetzt sage, vermutlich... Habe ich doch gesagt, habe ich doch schon gelesen. Nein, da waren wir schon. Habt ihr alles in den Lieben gewonnen? Lieblablabla, sonst immer, dann weiß ich nichts. Hier sind wir hochgekommen. Immer da rüber. Können wir hier wieder runter, oder was? So, das wäre wieder so ein, äh, ja, sollte man da runterkommen, dann ist das so eine Abkürzung, oder was? Gut, naja, hier waren wir noch vorhin auch schon. Dann sind wir hier hoch. Ja. Naja, also grundsätzlich, ist man dann noch hoch. Okay. Wir müssen wieder, ich glaube, irgendwo hoch. Und ich habe noch nicht gesehen, wo. Hier. Ne, der schaut mir nicht so. Gleich drinnen. Da ist doch was oben. Auf jeden Fall geht es da hoch. Aha. Uah. Verschrocken. Ein Loch. Okay, wäre cool, wenn du mich hier holen könntest. Hier kann man nicht, äh, quetten. Die, 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 die. Hier geht es schon wieder nach unten, ne? Ja. Auf jeden Fall hochheben, wo hier? Da ist nur noch nicht wo. Dann da. Da drin liegt. Ich komme schon nicht hoch. Okay. 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 Hier wird nicht geklettern. Da ist so ein Haken da oben, aber wie komme ich denn da hoch? Ich bin gerade, ich weiß nicht, wie ich da weiterkomme. Ich sehe nur die ganzen Dinge, wo ich wieder nach runterfahren will. Aber unten ist ja noch weniger als hier oben. drüben war so eine Pflanze, da kann man klettern, aber da komme ich nicht dran. Vielleicht müssen wir noch mal da rein, da habe ich dann. Patrick. Jetzt ist das wieder. Nee, da ist nichts. Ah, da ist eine Leiter. Ich habe ihn nicht gesehen. Na da. Okay. Mal weiter nach oben, das ist schon mal wichtig. Und jetzt können wir vielleicht auch da zu dem Haken rüber. Perfekt. Huch, wollte da nicht... Ui, ui. Aha, da oben geht es weiter, jetzt verstehe ich. So, nice. Okay. Ich dachte schon, das wäre eine Sackgasse. Dann geht hier in den Schlitz. Schlitz machen wir hier durch. Nun. War wir da nicht schon mal? Ich bin überhaupt irgendwo weiter Jo, da ist eine Tür Ah ne, da waren wir nicht Bei so einem ähnlichen Raum Tja, jetzt habe ich gar nicht geguckt, wo es hingeht Hat mich so verlockt Aber gut Scheinbar war das einfach der richtige Weg Keine Ahnung Jetzt schon wieder hoch Weil sonst war es das auch Da gibt es auch nichts anderes Aber was machst du? Geil Kopf überklettern Brauchst du schon Ey, rechts, rechts, rechts Rechts sind dann da hoch Oh, jetzt geht mir wieder die Ausdauer flöten Da ist nicht der gleich Kommt schon Okay Ausdauer tanken Nicht, dass wir hier abstürzen Dann können wir das alles nochmal machen Ne, zack, geht doch Das ist schon wieder so eine Muschel, oder? Das waren wohl Werkstätten, oder so? Ob sie geackert haben Oder Felder, oder sowas Krass Ich vermute, dass wir waren so Felder Zeug Da die ja kein Ähm Kein Wasser mehr hatten Da komm ich nicht rein Da die kein Wasser mehr hatten Dann hat das Ganze Dann, ähm Mussten die das aufgeben Deswegen sind die alle abgehauen Oder gestorben Oder whatever, ne? Alles klar Wenn du nicht mal mehr Salzwasser hast Dann Übel Hier ist was Soll Keke Hallo Wie sie wissen Gibt es leider nicht mehr genug Wasser Um das Postsystem am Laufen zu halten Und zu wenige Steinchen Um die Zeitung in gutem Zustand Anstieg zu bringen Deswegen hat Das Stimme der Schluchten Team Sich dazu entschieden Die Veröffentlichung zu stoppen Obwohl unser Wunsch Unsere Leser zu informieren Stärke als je zuvor ist Haben wir uns Angesichts der neuen Situation Noch nicht entschieden Auf welchem Wege Wir unsere Tageszeitung Veröffentlichen sollen Danke für das Feedback Zur Show Mir hat es immer sehr gefallen Über diese Event zu berichten Hoffentlich haben wir Eines Tages Die Gelegenheit Uns erneut darüber auszutauschen Wenn es Kein Wasser gibt Erscheint alles So zerbrechlich Nicht wahr Jo Wo ist der Marsch der Weltkollege Hier Da finde ich doch keiner Jetzt haben wir nur Wir haben da nur reingelatscht Um das zu lesen Ja gut Mal wieder was Gelegen So Freunde der Sonne Das hier gespeichert hat Lassen wir es für heute Und sehen uns wieder Beim nächsten Video Dankeschön Bis dann